Musik Gestern, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich wirklich überwältigt von der Menge an Gesichtern, die wir hier gesehen haben. Das ist ein wunderbarer Start in das neue Jahr. Musik Die Hamburg-Openheit hat für uns eine ziemlich hohe Bedeutung. Als Event und ist bei uns fest im Kalender verankert. Und ist, glaube ich, nicht nur für uns als Hersteller, sondern für die ganze Branche wirklich eine feste Größe geworden, am Jahresanfang zusammenzukommen und zu netzwerken. Es ist so ein lockeres Zusammentreffen in einer guten Atmosphäre. Und wir können sogar noch vor Verkaufsstart als erstmalig in Europa unsere Produkte vorstellen. Musik Guter Austausch, die Masterclasses finde ich auch sehr gut, beziehungsweise die Vorträge im Forum. Um qualitativ hochwertigen Kunden und anspruchsvollen Kunden persönlich zu treffen. Es hat sich auch im Laufe der Zeit so dermaßen weiterentwickelt, dass wir froh sind, dabei zu sein. Musik Hamburg Open, das ist die wichtigste Messe für die Branche, für uns in der Region. Musik 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 Musik